Die Leute sagen ganz scheiße, aber was hat er mit Dordruck gemacht? Schau, schau, schau. Das war's jetzt schon wieder. Ja, ich gebe dir mal keine Ahnung, was du willst. Hier, anonym, was da haben wir. Hallo? Ja, ja, ich bin sehr. Von wo haben Sie meine Nummer? Beziehungsweise von John. Ist das jetzt nur ein dummer Scherz oder was wollen Sie von uns? Nein, wir haben mit dem Überfall der Bank nichts zu tun. Alter, was ist das? Warte, diese Kohle. Nein, also wenn das jetzt ein dummer Streich ist, dann hören Sie bitte auf. Ja. Leg auf. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Leg auf, leg auf. Was ist los? Was ist los? Ist das wegen dem Überfall? Fuck, man. Jetzt geht's. Scheiße, man, Biegel, was sollen wir machen? Wir müssen uns erstmal berühren. Scheiße, man. Wenn das wirklich eine Ernst getrunken war, dann Steffen. Scheiße. Ich kann nicht mal reden. Verdammt. Mann. Fuck. Wann kommt dein Vater ungefähr? Mein Vater? Ja, ich... Der ist arbeiten, der wird sicher nicht... Scheiße. Hast du gerade ein Klopfen gehört? Fuck. Mama, Polizei hebt doch nicht ab. Was sind das für Hurenkinder? Ich schwör mal. Er hat wahrscheinlich irgendwie mit der Leitung das gemacht. Was? Hat der angeklopft? Es hat geklopft. Ich war auf alles. Ich war das nicht. Und es hat geklopft. Und dieses Arschloch hat keine Eier, sich da hinzustellen. Bitte. Jetzt geh mal raus. Schau mal, wer da ist. Fuck. Das ist ein Scherz, oder? Ach. Ach. Ja. Was heißt das, ich könnte nichts machen? Mein Freund ist gestorben. Scheiße! Ah! 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 Ah!